Was ist denn das hier für ein Torn, den du anschlägst? Also ich bitte dich. Ach, guck mal da. An der Seelenkiste. Oh, mit etwas Heilung. Das ist schön. Etwas Heilung ist nicht verkehrt. Dann habe ich nicht so Herzklopfen, weil ich mich in sie verliebt habe. Eine wunderschöne Gestalt. So. Ah, etwas Heilung könnte mir noch ganz gut stehen. Muss ich ja schon mal sagen. Hier ist noch eine Seelenkiste. Mensch, es sind aber ganz schön viele hier gerade. Da geht es nicht lang. Noch eine Seelenkiste. Na, Wahnsinn. Ich werde hier gespickt, das ist schon ein Gatnow. Na, bald schon wieder 7K Seelen. Käste, voller. Käste, Seelen. Käse, Brot. Ah, da haben wir doch Leben. Leben ist Leben. Na, 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 na. Leben ist Leben. When we all come together. Nee. When we all. Ja. When we all come together. We all give the best. Every minute of an hour. Don't think about the rest. Hm. Das sieht aber nett da unten aus. Freut mich. Oh, ja. Flacker, flacker, flacker. Ähm. So. Haben wir da oben irgendetwas, was wir gebrauchen könnten? Nein, es scheint mir nach und zu nicht so. Also einfach mal hier weiter hechten. Ey, wie viele Kristalle hier sind, ne? Muss ich das alles nochmal durchforsten, wenn ich die kaputt machen kann? Oh, bitte. Warum? Ich mag die Dinger nicht. Ich mag sie jetzt schon nicht. Ich mag alles nicht, was irgendwie so rumfliegen kann. Ist doch lästig. Also, was ist denn, wenn ich ins Wasser gehe? Da hinten ist auf jeden Fall irgendein Schalter. Da komme ich aber sowieso nicht hin. Von hier aus. Hm. Ja, schön. Aua. Aua. Fuck. Komm her. ja ausgeflogen hat es sich ist da noch eine noch eine sumse aber ich will mal dieses neue item hier ausrüsten kampflehrer waffenmeister so mal gucken was hier unten ist was haben wir dann hier auch für schießt hallo für schießt ja schön ganz schön viel von euch hier gab es sonst noch irgendwas nur ein kleiner hafen einer kleiner raum voller für schießt da komme ich nicht durch da auch nicht da auch nicht also was ich auf jeden fall schon mal weiß was ich machen muss dass dieses ding da oben hinschmeißen da oben hin aber wo brennt das jetzt das ist die frage irgendwo muss ich jetzt was finden kann ich da hochklettern irgendwo da kann ich hochklettern oder was sieht das nur so aus ja hallo frischi tot hier war auch nichts vielleicht kann ich ja hier diesen komischen turm hoch ja auch nicht komik 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 wo brennt das denn hier so komisch da oben ist doch irgendwas irgendwas ist da oben aber ich weiß nicht wie ich da hinkomme das ist da eine farse ich möchte ich es gerne wissen verratet es mir verraten warte mal da hinten ist was kaputt ich gehe mal da gucken wo etwas kaputt ist ist vielleicht auch irgendwas zum festhalten vielleicht nein nein hier ist auf jeden fall eine plattform da wo ich mich auch gar nicht festhalten kann super geil kann ich mich hier nirgendwo festhalten wollte ich mich verarschen so ein schlechter scherz hier gerade was ist denn da guck mal da ist ja ein schalter na aber so ein zufall aber auch den ich nicht benutzen kann schönes ding jo was nu also ich habe hier gehen wir nochmal durch ich habe hier irgendwas irgendwas was 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 nicht anzündbare bomben äh anzündbare bomben die erst aktiv werden wenn ich sie anzünde so wenn sie ja noch nicht aktiv was habe ich denn hier noch das ist nur im untergrund eine bombe ich habe da einen schalter den ich nicht aktivieren kann oder sonst was kann ich mich hier drauf stellen und da irgendwas machen nee auch nicht also das geht auch nicht unten im wasser habe ich auch nichts da haben wir ja schon geguckt weil hier ist verschlossen da ist verschlossen ich habe ja auch nichts was irgendwie funkeln würde oder so das kann ich auch nicht verschieben oder so was also wir hatten hier was soll man denn hier ach guck mal da kann man ja hochtauchen das habe ich natürlich gerade nicht bemerkt also hier können wir hochtauchen und hier haben wir auch was zum klettern na dann bekommen wir der ganzen sache doch schon näher siehste mal ich werde mal hier ganz normal rüber latschen übers Eck dann müsste ich ja gleich wieder oben sein ach hier bin ich jetzt bei dem schalter so was passiert dann dann geht feuer an ok das ist ja relativ simpel jetzt ich muss einfach dieses feuer dorthin transportieren dann geht das nämlich auch an so matsch matsch bams du gehst mir auch auf den nerv so das war es dann aber auch eigentlich schon ne mit dem feuer da hinten komme ich ja nicht hin ah doch guck mal hier hier komme ich lang hier ist eine stange kann ich denn von da das feuer darüber holen mal ausprobieren da haben wir jetzt feuer komme ich von hier aus da ran nein komme ich nicht sheet ja aber ich kann es ja anders machen ich kann ja dieses ding nehmen und das da hinschmeißen schon mal ja das kann ich ja zum beispiel ach das wollte ich jetzt nicht dann kann ich ja hier so und dort plack ähm damit habe ich das dann auch okay dann kann ich jetzt wieder runter tauchen und nach oben klettern dann haben wir das schon mal gelöst zack zack und hoch röööööö röööööö so nicht wie rüber dort an die stange hier Zack, 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 zack. So muss das sein. Darauf einen irgendwas. Oh, Mikami. Bla. Meine Cracker-Mischung halt. So. Dann haben wir das auch geschafft. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Okay, aber ich würde sagen, an der Stelle speichere ich mal ab. Bitte den Rechner nicht ausschalten. Wie viel Spielzeit haben wir jetzt? Vier Stunden und acht Minuten. Wen wundert's. Wir haben eine Stunde gespielt. Jo, an der Stelle verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir haben gerade zwar ein bisschen lange geknobelt, aber so ist das Spiel ja nun mal. Und, hm. Denkt an die Süßigkeiten-Frage. Ich wünsche euch was. Ich bin jetzt raus. Das war der Rio. Und mit Darksiders. Mit Krieg und Tod.